Hallo, wir, ein Netzwerk von Fraunhofer-Instituten und der Fraunhofer Academy, wollen Quantencomputing auch in die Anwendung bringen. Wie machen wir das? Wir wollen Weiterbildungsprogramme zu genau diesem Thema für Sie anbieten. Dafür arbeiten wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammen. Wir entwickeln für ihren Bedarf transferorientierte und bedarfsgerechte Weiterbildungsprogramme in drei Lernpfaden. Technology, Innovation und Business. Mit dem Quantum Technology Expert möchten wir all diejenigen ansprechen, die nicht nur an der Oberfläche quatzen möchten, sondern in die Tiefen der Quantentechnologien eintauchen möchten. Dabei denken wir besonders an Data Scientists, an Software Engineers, an Physikerinnen und Physiker und an all diejenigen, die schon forschend in dem Bereich tätig sind. Die Technologien unseres Lernpfades beinhalten dabei nicht nur die Hardware, sondern auch Quantenalgorithmen, Optimierungsprobleme sowie die Auswirkungen und Chancen für die IT-Sicherheit. Die Teilnehmenden werden lernen, welche Probleme man durch und mit Quantentechnologien adressieren kann. Und sie werden lernen, wie sie diese Erfahrungen in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Der Quantum Innovation Expert Track der Fraunhofer Academy richtet sich unter anderem an Technologie-Scouts, Gründerinnen und Gründer und Startups. Durch die geplanten Module der Fraunhofer Academy werden sie die Möglichkeit bekommen, um die grundlegende Funktionsweise des Quantencomputings und die sich daraus ergebende Vorteile für Anwendungen zu verstehen. Darüber hinaus werden relevante Algorithmen für verschiedene Geschäftsfelder anschaulich erläutert. Dabei werden die theoretischen Vorteile der Algorithmen erklärt und die Beschränkung in der realen Systeme realistisch dargestellt. Die geplanten Module ermöglichen eine Einschätzung zum Einsatzpotenzial von Quantencomputing in einem Anwendungsfall im eigenen Unternehmenskontext und in Bezug auf einen definierten Betrachtungszeitraum. Die dritte Zielgruppe, die wir adressieren wollen, ist der Geschäftsführungsbereich von Unternehmen. Vorstände, Geschäftsführer, also die Entscheidungsträger der Unternehmen, aber auch deren Berater, wie zum Beispiel Consultants. Wie muss ich mein Unternehmen dafür aufstellen, damit ich keinen Wettbewerbsnachteil habe? Wir wollen mit Fraunhofer-Experten prägnante Einführungsveranstaltungen zum allgemeinen Verständnis dazu anbieten. Darauf aufbauend, tiefergehende Veranstaltungen und Quantum-Technologien und Algorithmen zu verifizieren. Welche dann in Industrie-Use-Case-Serg-Shops münden, mit Diskussionen um individuelle Problembereiche und deren mögliche Lösungen. Mit diesem Angebot wollen wir den Entscheidungsträgern in den Unternehmen helfen, Quantum-Technologien richtig einzuordnen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie mehr erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, auf Ihr Mitwirken, auf Ihre Rückmeldungen zu unserem ganzen Thema und laden Sie herzlich ein, hier mitzumachen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite und natürlich können Sie uns jederzeit per E-Mail kontaktieren. Wir freuen uns sehr auf Sie.